Ich habe in den Tagen hier in der Ostsee noch einmal die Grundelemente unserer Arbeit bei Noia hinterfragt. Es geht in dieser Arbeit viel um Rituale. Rituale stiften Gemeinschaft und sie sind von Wiederholung geprägt. Wiederholung ist mir wichtig, weil sie Vertrautheit herzustellen vermag, ein Gefühl des Zuhause-Seins. Ich selbst brauche das. Die Wiederholung prägt deshalb vieles in Noia. Meine Musik, die verschiedene Stile wiedererkennbar zu vereinen sucht. Die visuelle und klangliche Gestaltung unserer Konzertinszenierung, unserer Videos, Newsletter und Postings. Der vielleicht eindrücklichste und auch anschaulichste Rahmen, in dem Ritualhaftes zum Tragen kommt, ist der des gemeinsamen Mahles. Und so trägt Ritual, das kommende Programm des Noia Chorus, auch den Untertitel The Great Dinner. Dazu und zur Inszenierung dieses außergewöhnlichen Konzertprogramms im November gibt es mehr in einer der kommenden Ausgaben des Nightbook. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020